ich guck mir mal an wie das tier aussieht was er mir gegeben hat es ist ein schneemann habt ihr auch eigentlichen schneemann jeweils also ich habe einen dreiköpfigen und der holt dir sofort aus der münze raus 11.000 glaube ich nur kann es sein meine haustiere holen die 50.000 11 millionen holt er daraus 137 ok es ist nach hinten laufen wir müssen jetzt aus gründen dessen dass wir uns das leisten können müssen wir nach hinten laufen was ist denn von ausrufezeichen roblox der sind ja ich verstehe gerade nicht was möchte denn da jetzt kommen die die id oder ledels ich habe dich überholt nur so zur info ich kann mir das ja auch kaufen so geht zum kaufen näher ran jetzt gehen wir in die nächste karte einfach möchtest du das wirklich kaufen ja ich hole mir die kiste wer ist denn beata beata möchte auch beata hat auch noch eine kiste magic fox ich weiß nicht die haben wir haben sie ich gebe nichts mit der kiste oder warum geht das so schnell was habe ich denn jetzt der gold spike und was ist das andere ice queen und das letzte ist eine katze ich weiß abgeschlossen aber trotzdem bist du immer noch der letzte erzähl nix ich habe mehr wie du 624 millionen auf dem letzten platz bei mir hier gibt es ein grauer münchen wie warst du rakete gehen können wir machen wie warst du rakete wo seid ihr stufe drei regen wo man es wenn ich jetzt wüsste ich bin jetzt bei der kate littles ich komme mit hochzeit von beata ok ich bin auf dem mond ja habe ich doch gesagt wir müssen quietsche jetzt verlassen quietsche soll ich auf dich warten oder soll ich dich jetzt schon verlassen ich also was soll ich jetzt sagen ich will erstmal also wir können jetzt richtig schönes kraft chest opening machen was 400 millionen münzen brauche ich um hier durchzukommen ja wir sind noch weiter wo bist du eigentlich ich sehe dich nicht mal ich will jetzt die 400 millionen ich gehe sie durch möchtest du wirklich 400 millionen investieren ja habe ich gemacht nach das war nur 400.000 das war nur 400.000 das ist ja ein lacher war das ja 400.000 jetzt wackelt mein gesicht auch noch green screen mäßig jetzt fängt der green screen anzublimmern ihr seid noch längst nicht fertig soll ich dir eines der seltensten pets geben ah ne ich würde das ganz gerne selber suchen 2,5 millionen haben wir jetzt hier ey mit der kiste hier werde ich sowas von reichen ne quietsche du bist ja ganz knapp hinter mir ich komme jetzt hier im roten bereich im roten bereich dann bist du noch sehr weit weg von mir ich bin schon in dem bereich mit der riesen kiste aber hier im pilzbereich aber hier in dem roten haben die tiere schon ganz gut zu suchen ne da geht das auch nicht mehr ganz so schnell ja dahin ist auch eine kiste ich glaube sogar ich sehe dich wenn die für alleine suchen würden das geld das wäre ja auch geil ich kann nicht da hinschicken jetzt komme ich in die lila eine welt achtung ich komme jetzt rein 20 millionen du bist in der rosanen welt naja lila rosa ich bin eine welt weiter als du hier ist eine kiste ich bin eine welt weiter als du papa ich habe jetzt mittlerweile ganz verrückte tiere ich wisse ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr äh ich blick hier auch nicht mehr durch ach guck mal ach guck mal wie lange das tier hier kämpft an der an der an der an der kiste schick mal ein haus hier von mir rüber wenn ich schaffe was geht denn da ab hast du es gesehen ey die brauchen ja für die kiss die brauchen ja für so geldstapel kürzer als für die so eine riesige kiste ne ja also hier das das also hier die kiste die schafft ja gar nicht was habe ich denn da für ein tier stehen gerade meine level 8 katze ist das die die versucht hier gerade die ne hä das ist ja das ist doch der papa willst du in die kiste kommen der reaper ist der reaper ich habe einen reaper hier und der reaper versucht gerade eine kiste aufzumachen und der hat ganz schön zu tun an der kiste also im rosenbereich der reaper ist der den ich dir gegeben hab ne das ist dieser mit der sense ja ach der hast du mir gegeben ja den habe ich dir gegeben papa willst du in den nächsten bereich kommen da fliegen wir zusammen ins weltall ja ich komme seid ihr schon im weltall nein ich bin hier neben dir im weltall aber ich warte am eingang auf euch alles klar alles klar was kommt denn dann auf uns du hier ja cool oder ich mach grad die kiste hier fertig das ist kein problem um 30 sekunden hab ich die kiste fertig boah hier sieht man die geldmünzen ja gar nicht sie fallen kaum auf die hier rumliegen ich bin reich das ding ist nur ich hab 139 millionen ich weiß aber gar nicht wir gehen zum weltall ist das die nächste das nächste hier hinten oder was ist das weltall ja das ist hier bei der rakete warte ich brauch erstmal geld ich hab ja kein geld mehr ja das kannst du mit der kiste formen was hier ist eine riesengroße kiste was ist denn das sieben millionen in der einen kiste drin papi ach und die kann man dann mit zwei oder drei oder vier monstern also mit tieren bekämpfen ok 5 milliarden die rakete kann ich mir nicht leisten was das sind 5 milliarden münzen das kann ich mir nicht leisten als ob doch kann ich wie viel geld habe ich denn warte warte ich muss kurz noch was musst du ich muss noch kurz die kiste machen ok jetzt können wir warte mal soll ich das die chance ist 1 1 zu das kann ich ok ähm das sagen wir später bestimmt noch über den kript oder nicht ich fall hier fast runter in die rakete in die rakete rein ok hey easy ich bin bei dir jetzt müssen wir moon münzen sammeln hallo bims felix herzlich willkommen moon münzen davon habe ich jetzt schon sehr viele ich auch ich habe auch schon warte mal ich habe null ich habe null wo sind denn die moon münzen ach guck an jetzt zählt die alte währung gar nicht mehr es gibt bestimmt auch neue tiere oder ja bestimmt mondtiere die man mit der irdischen währung gar nicht kaufen kann und man fängt ja quasi wieder von vorne an können denn die tiere das wenigstens gut ja ne ja ist hinter dieser welt hier ansieht auch noch was na da bestimmt also hier hat jemand geschrieben ihr seid noch lange nicht fertig lange nicht ja wir spielen mit discord hier grad also roblox ist halt ein spiel danke gfg gewinner für das foto ich brauche für eine große münze länger als für eine geldstapel oder also roblox ist halt zum einen kannst du es vom handy ausspielen also wenn du jetzt wirklich mal unterwegs bist und willst noch ein bisschen was oder was machen dann lockst du dich einfach ein spielst vom handy coole sache finde ich und dann kannst du hier so vieles machen dass ich überhaupt keine ahnung habe was da ist das gibt auch so richtig coole spiele im sinne von dead by daylight zum beispiel oh verdammt ich habe schon eine million münzen weißt du mag ich mal so für uns da gibt es also was da bist du da kannst du äh einer ist ein werwolf und die anderen vier wissen nicht wer der werwolf ist ich gehe genau so genau so ja ja das könnt ihr auch mal spielen das habe ich mir schon öfters mal irgendwo angeguckt da ist aber erst ab zwölf was im nächsten gibt es drei wege wie drei wege ach so da ok oh mein gott hier kostet eins über 55 millionen mohnmünzen wie viele mohnmünzen habe ich denn jetzt ich habe 6,8 millionen wie viel brauchen wir 125 millionen ich habe 30.000 millionen ich habe irgendwie auch nicht alle es langt immer nur nicht herrgott 38 millionen ich hole jetzt mal alle meine tiere ah du kannst nur vier tiere haben ne ja 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 ok naja dann warte mal ich habe jetzt alle vier mal am start hey die kennt ja ist ja auch oder was das noch immer für was war 7,8 millionen äh 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 hey wollt jetzt mal in die nächste edition komm ich bin schon lange hier guck mal dungeon quest ist mega cool schreibt zum beispiel auch jemand also wir können da so viel ausprobieren i added you in roblox okay oh 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 wieso was denn isl ich habe jetzt einen spike ja ok aber hast du gerade ein tier kaufen unten oder was ja ich habe immer noch meine alten tiere für 165 millionen ok also jetzt ist natürlich so wir haben natürlich den anfang recht scharf übersprungen aber ich glaube mal das macht nichts weil wir jetzt trotzdem das ist kein problem genau weil wir jetzt trotzdem da hinten ein bisschen arbeiten müssen ne nur halt schon ein bisschen weiter hinten ja jetzt hoffe ich mal natürlich ist klar dass ich wieder am anfang rauskomme oooh wie das nervt wieso bist du wieder in die rakete gegangen ne ich muss jetzt überhinter ja den musst du bei discord leiser stellen einfach das kannst du ja machen ja ja du musst dich gerade so hart zu lassen weil der papa wieder am anfang rausgekommen ist ja kann man sich auch zu jemandem hinbeamen das wäre ja ganz cool eigentlich warte mal ah ah man muss den ganzen weg laufen hä du folgst jetzt littles das ist auch als kinderleistung gerade wieso folgst du jetzt mir kannst du mir jetzt zusehen ich habe keine ahnung du folgst jetzt ihr mag ihm ich habe keine ahnung was das heißt ne was links unten teleportieren kann ich nicht da brauche ich 30 mehr robux ah ok man muss also robux kaufen um zu jemandem hinzuteleportieren ja aber roblox kostet geld genau robux kosten geld ich weiß nicht ob man die ob man die kaufen kann für ingame money oh guck mal hier der gfg gewinner ist hier ey leute dieses tor hier hinter kostet 99 99 99 99 99 99 geld oder mondmünzen ok das ist jetzt der marki der marki hat 15 tiere der marki hat sich 6 schon gekauft angefangen hat der marki mit einer katze und einem level 3 bären und dann war es das schon nein er hat einen hund und dann ein level 3 bären ach so entschuldigung schnell rennen geht es hier natürlich auch nicht man möchte die ganze zeit mit mir traden was ist das denn jetzt der gewinner will auch irgendwas äh wie viel ist das hier dein spike weiß ich nicht it's too much for me i think ey der sieht ja mega cool aus ja wenn dann schon richtig sein ist phoenix dein haustier ach man ja ey der sieht ja mega geil aus sieht ja mega cool aus handel abgeschlossen jetzt hat der mir auch ein tier geschenkt oh man ey ja mit mir will auch die ganze zeit jemand traden aber nö aber doch nicht ich will in welches wo wollen wir dann als nächstes gehen ich hab glaube ich für alles robert er wird es nur mal so als kleine frage was ist denn ähm wofür braucht man denn die hüte die hüte ist einfach zum haupt also ist einfach zum gut aussehen na ich denkste ich vermute und damit kann man seine haustiere pro minute glaube ich irgendwie hochleveln oder so also ich glaube auch das hat was mit zaubern zu tun dass man die da reinstecken kann du kriegst dann immer du kriegst dann du kriegst dann mehr Münzen und siehst hübscher aus ja wundern schon richtig ähm Geli ich hab ne ich hab ne Abo Emoji gemacht Geli aber äh ich kann ich kann die aber nicht benutzen also die ist noch nicht freigeschaltet das ist nicht jemand mit mir train kann mir mal jemand sagen wer das hier ist äh keine ahnung leave and join öha da ist wieder ne riesige goldene kiste ja ich seh schon aber da kommen wir doch nicht hin dafür haben wir jetzt ich bin da schon wat ja jetzt musst du mal ich geh jetzt nochmal raus und geh wieder rein kann ich dir das aufwarten weiß ich nicht warte mal wo bist denn du littles könntest du theoretisch auch ja ja dann probier ich das doch guck nochmal schnell ob ich wieder ja es hat geklappt ich bin ja hier nur mit draußen rum und dann beschäftigt oh wie lange mir das dauert 32 Betts und es ist immer noch nicht zu glauben ja 35 Betts also wie krieg ich denn wie krieg ich denn jetzt die Roblox Münzen das wär ja wirklich spannend weil jetzt bin ich mal gespannt wie viele Münzen ich hier kriege ja guck mal hier kaufe Münzen ich bin wieder eine Million 30.000 Münzen was ist das denn hier Mondmünzen 1,5.000 Mondmünzen begrenzte Zeit hier sind Hüte Haustiere 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 ich spring gegen die Kiste ich kann aber kein Haustier mal ran ja weil ich schon tausend Haustiere da ran gemacht hab ich nehm mal den zu holen wer macht dein Tonics macht der da auch mit die machen alle mit glaub ich ja 35 Haustiere sind das jetzt bin ich mal gespannt wie viel wir dann kriegen alter das Schuhe war das Schuhe war so Bucky ich kann das nicht aus der sagt das ist nicht ausgerüstet willst du mich trollen was sind das für ein Schwachsinn ist doch jetzt auch egal Haustiere nicht ausgerüstet ich kann die nicht weglegen die Tiere ist doch ein Rotz ist das doch boah Evel wie lange dauert das denn wegen einer so einen ja ja das ist wirklich verbuggtes Spiel jetzt müssen wir ja also ich brauche irgendwie Robux damit ich teleportieren kann die Frage ist wo kriege ich die her jetzt kann ich noch das ganze dahinter noch nicht ich hab mich sehr gut versteckt ok I found this pet but I can't remove the other one muss ja beim nächsten mal machen das Spiel hängt sich also manchmal ist das Spiel hängt sich ein bisschen off geht auch nicht voll wild oh man eh Evel kannst mich suchen ich hab mich hier sehr gut versteckt ich find dich nicht warte mal oh wie wär das denn ja ich sehe ja dass du gar nicht mal suchst ich kann grad nicht nils ich guck grad was das müsste rein theoretisch das soll das ein neuer Emoji mal irgendwann werden aber das wird nicht oh ein Viertel der Kiste haben wir glaube ich schon ein Viertel fehlt noch oder? ein Viertel fehlt noch oder? ja die kämpfen da hinten und ich renne hier rum ja du kannst dir Zeit lassen ja ich bin auf dem Weg zur Rakete das dumme ist halt wenn man sich ne ich musste mich kurz auslocken und ähm dann muss man immer wieder von vorne am Brunnen anfangen Evel I see you schön dein DUB funktioniert immer noch nicht was funktioniert noch nicht? dein DUB ne ich weiß nicht also ich weiß nicht woran das liegt bei Twitch steht auch nirgendwo da dass der geprüft werden muss da steht einfach überhaupt nix ich weiß nicht wie man das mal erfährt dass das funktionieren soll also keine Ahnung nicht wenn manche sagen manche warten seit zwei Wochen drauf vielleicht muss ich einfach doch nochmal einen neuen hochladen bei mir ist hier wieder die Känker das willst du nicht weißt du wenn ich jetzt nochmal wieder was neues hochlade das ist ja auch bescheuert dann dann geht das auch wieder nicht da wäre ich ja nie fertig ja aber kosten die Geld oder? nö die kosten kein Geld man muss halt dann um so ein Smiley hochzuladen muss man den dreimal hochladen man muss von dem Bild drei Versionen erstellen einmal mit 12x12 einmal mit 15x56 und einmal mit 128x128 Pixeln exakt das gleiche Bild da braucht man also ne Software dafür womit du dann sagen kannst das Bild jetzt runter rennt dann auf die und die dann hab ich ja immer das dauert jetzt zwei Jahre wenn ihr fertig filmt dann hab ich ja im Hintergrund immer den Dab ähm 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 den Greenscreen rausgefiltert aus allen Bildern und oah weißt du und dann geht's gar nicht wie siehst du eigentlich was die ganze Zeit auf den Ecken sitzt das ist irgendwas glänzend weißes er findet Partner bin ich Geli also verstehen tue ich das nicht äh ich verstehe das ja auch nicht obwohl ich es eigentlich verstehe so jetzt geh ich wieder rein die Rakete ich komm jetzt wieder rein zu euch hoch die Geli kennt sich da voll aus hab ich so das Gefühl die sag uns das noch nicht genau die Geli die scheint da na ich glaub bestimmt durch die Geschichte von Sari damals wo der ja zum Affiliate geworden ist ich glaube das da hat's bestimmt auch viel mitgekriegt ich hab mir auch mal Videos über den Pet Simulatel an Stufix oder andere YouTuber oder irgendwas ich hab keine Ahnung welche YouTuber das Tier ist nicht ausgerüstet warum ist denn da so du bist sicher du bist sicher dadurch werden sieben der gelben um einen Regenbogenhaustit zu erzeugen aha ne will ich nicht ist nicht ausgerüstet wieso braucht denn das so lange ich hab das nicht nur noch aber Geli schreibt sie hätte keine Ahnung wie das funktioniert da mit dem Ding ja ja so klingt das auch ne keine Ahnung so klingt das aber Quitschi du könntest ja mal ähm ah wie heißt's wieder Geli sag mal ich komm nicht auf den Namen was denn ich komm nicht auf den Namen das ist das was Geli und ich spielen dieses Handyspiel meinste Mighty Moon oder so nein AFK das hab ich schon mal gehört davon ja also das hab ich auch schon oft überlegt mal zu installieren tatsächlich musst gar nicht viel Zeit installieren äh investieren ja was siehst du Münzen freigestellt ich hab das schon freigeschaut oh was backt denn der so rum warte mal nee ich komm nicht rüber und hier gibt nur noch ein Viertel der sagt wie viel Geld Münzen hab ich denn vom Mond 8 Millionen wie viel brauche ich hier wie viel Münzen brauche ich denn um da reinzukommen in diese in euer Arealböcherzeit äh 55 glaube ich Millionen ja weil hier steht 125.000 Münzen steht da ja für den ersten Bereich hallo 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 ich komm ja da noch nicht mal durch hallo 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 sind das hier alles deine Haustiere weiß ich nicht weiß ich nicht ich kann mir nicht mehr durch den ersten Bereich durch ich kann mir nicht mehr durch den ersten Bereich durch du hast fünf Haustiere draußen ne kann nicht sein ich hab drei hier draußen ich glaube fünf geht auch gar nicht du hast die Areale schon freigeschalten wieso komm ich da nicht durch wieso komm ich nicht durch hallo 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 im Grunde muss man schon sagen wirklich viel Action ist in dem Spiel auch nichts es ist schon eher so wie Minecraft ne ja aber Ebel Entspannung halt ja bitte stell dir mal vor du würdest hier nur mit vier Haustieren an so ne riesen Kiste rangehen da könntest du den ganzen Tag über hier warten ne es wird Ewigkeiten dauern naja wenn du ja nur mit allen vier Haustieren rangehst sowieso doch ein Peter da haben wir völlig so jetzt ich hab 15 Millionen Moon Punkte und ich komm jetzt rein in die Rakete wie lange ist das eigentlich schon her 15 Millionen Moon Punkte die haben seit bestimmt mehr doppelt so viel und wieso bist du jetzt auf einmal vor mir Papa bin ich nicht glaub ich jedenfalls nicht doch jetzt komm ich auch da durch na bitte ja 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 aber ich weiß aber nicht was das ist äh weil das das ich weiß nicht woher das kommt ja jetzt hört jemand mit mir an das ist der Anteil der Tiere ne ist es auch nicht ich weiß nicht woher das kommt oh oh wen hast du denn da jetzt gefragt Geli wen kennst du denn da Geli hat irgendwie Connections spannend so wo seid ihr denn jetzt eigentlich hingelaufen in welche Region meine Kiste das sind meine goldenen Kiste was da wo ich 55 Millionen für brauch oh ähm okay ich hab jetzt 8 Milliarden Moon Münzen da wir sind genau das ist Bis zum nächsten Mal.